Das Hotel Villa Angapente liegt in Fes in sonstiges Marokko. Der eine Gast, der das Hotel bewertet hat, empfiehlt dies zu 100% weiter und vergibt 5,1 von 6 Sonnen. Dabei hat er das Hotel allgemein, die Zimmer, der Service, die Lage und das Essen sowie die angebotenen Sport- und Unterhaltungsprogramme bewertet. Nun die Bewertungen im Detail. Service. Der Service des Hotels ist überragend, was sich besonders in der Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und Fremdsprachenkenntnisse des Personal widerspiegelt. Gäste bewerten den Service mit 6 von 6 Sonnen. Zimmer. Die sehr sauberen Zimmer schätzen die Gäste und vergeben insgesamt 5,8 von 6 Punkten. Gastronomie. Außerordentlich gut werden die Speisen und Getränke sowie die Atmosphäre und Sauberkeit des Restaurants des Hotels von den Gästen bewertet. 5,5 Sonnen erzielte diese bei der Bewertung der Gastronomie. Hotel allgemein. Das Hotel zeichnet sich durch seinen sehr guten Zustand und der hohen Sauberkeit der einzelnen Bereiche aus. Gäste vergeben im Durchschnitt 5 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Die Gäste sind mit dem Angebot an Sport- und Unterhaltungsprogrammen sehr zufrieden. Das Hotel erhält in dieser Kategorie 5 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Für die zufriedenstellende Lage des Hotels vergeben die Gäste 3,3 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.